So, mit der Lautstärke geht das so? Ist das an? Wunderbar, muss man ein bisschen aufpassen mit dem Kundgebungsredner, dass ich hier nicht zu laut werde. Genossinnen und Genossen, gestattet mir vielleicht erstmal drei Bemerkungen vorweg. Die erste, ich hatte da schon die Tagungsleitung vorgewarnt, ist, ich werde wahrscheinlich was Unerhörtes tun, nämlich meine Redezeit signifikant unterschreiten. Das ist ja ein seltener Zustand auf solchen Veranstaltungen. Aber, wie gesagt, ich bin Streik-Kundgebungsredner und habe da manchmal die Gewise, was man in vielen Minuten nicht sagen kann, das muss manchmal auch gar nicht gesagt werden. Ohne jetzt hier meine Kollegen. Kollegen, die zu wissen, haben die mehr Zeit, ist ja auch gut so. Zweite Vorbemerkung, ich war oder bin eigentlich nie ein großer Theoretiker gewesen. Und als man mich dann beauftragte, hier einen Beitrag zu machen zu 200 Jahre Marx, besiege ich natürlich ganz schön ins Schwitzen. Habe dann aber mal die letzten 20 Jahre meines politischen Lebens reflektiert und bin dann doch zu Erkenntnissen gekommen, die ich hier dann mal vermitteln möchte. Wenn ich theoretische Probleme hatte oder habe, dann habe ich ein Berliner Privileg. Ich gehe da zum Genossen Sascha Stalicic und lasse mir die Welt erklären. Das ist aber auch eigentlich ehrlich gesagt nur einmal vorgekommen, nämlich 2011, als ich diesem wunderbaren und inspirierenden Haufen von Revolutionärinnen und Revolutionären beitrage. Und das habe ich keine Sekunde bereut. Dritte Vorbemerkung. Wer mich kennt, weiß das. Hält man mir ein Mikro hin, da muss immer ein irisches Zitat dabei sein. Es ist heute der große Gewerkschafter James Larkin, mit dessen Motto ich meinen Beitrag einleiten will. Der hatte seinerzeit gesagt, Comrades, we are living in momentous times. Genossinnen, Genossen, wir leben in bewegenden und bewegten Zeiten. Ich bin, wurde kurz vorgestellt, Stefan Gummert, alleinerziehender Vater eines zwölfjährigen Sohnes. Ich arbeite drei Schichten als Krankenpfleger an der Berliner Charité und bin dort als Gewerkschafter, Marxist und SRV-Mitglied aktiv. Ich arbeite dort auf der weltbesten Station 45. Wir sind gut, weil wir im Jahr hunderte Herzkatheteruntersuchungen und Schrittmacherimplantationen durchführen. Aber die besten sind wir, weil wir in den letzten sieben Jahren in vier Streiks den Laden komplett dicht gemacht haben. Das gelang, weil dort klassenbewusste Kolleginnen und Kollegen das schier Unmögliche wagten und gemeinsam mit vielen anderen an der Berliner Charité nicht an den Schlaf der Welt, um da mal einen Klassiker zu bringen, rührten, aber immerhin an den Schlaf der deutschen Krankenhäuser rührten. In der Charité, in allen Häusern dieser verdammten Krankenrepublik, sehen wir uns mit einer der hässlichsten Fratzen des Kapitalismus konfrontiert. Das System, welches wir alle auf das Ernährischste bekämpfen, hat unsere Krankenhäuser zu Fabriken gemacht. Entsprechend unserer Antworten. Denn mittlerweile werden wir uns mit Mitteln und Methoden, die von der Arbeiterklasse in der Industrie entwickelt wurden, und die wesentliche Antwort auf die durchökonomisierten Zustände, die uns in der Klinik begegnen, lautete und lautet immer noch Streik, Streik und nochmals Streik. Wir durchleben derzeit an den Kliniken das gesamte Einmaleins des Klassenvereins, und ich wollte das an neun Punkten kurz illustrieren. Stichwort ist eine Marx-Veranstaltung. Wo ist er? Da schaue ich. Ihm ist Polterfei. Unsere Arbeit ist entfremdet. Statt Menschen zu pflegen und zu heilen, zwingt uns das System, sie mehr als Fallpauschalen oder Erlösfaktoren zu sehen. Was stört bei der Erlösgeneralierung? Natürlich das Personal. Dass es wagt, Lohnforderungen zu stellen, Arbeitsbedingungen kritisch zu hinterfragen, die Abschiebung in Tochtergesellschaften kritisch zu stellen und das Personal das überhaupt aufbegehrt gegen Praktiken, die im Gesundheitswesen seit jeher als selbstverständlich galten. Unsere Arbeit, zweitens, hat mittlerweile Akkordcharakter. Denn das System zwingt uns, immer mehr Patientinnen und Patienten zu versorgen in kürzerer Zeit und das auch noch mit weniger Personal. Stichwort Verelendung, klingt jetzt pathetisch. Aber Beschäftigte wurden mit dem Ziel des Lohnklaus in Tochtergesellschaften ausgegliedert. Und überhaupt wird Care oder Sorgearbeit in dieser Republik so schlecht vergütet, dass ein Metallerkollege wahrscheinlich für ein Pflegerinnengehalt vermutlich morgens nicht einmal sein Bett verließe. Eigentlich bin ich Facharbeiter, aber auf meinem monatlichen Gehaltszettel sehe ich davon nichts. Wir erleben, vierter Punkt, in den Kliniken das Herrschaftsinstrument der Spaltung. Die Spaltung in der Geschlechterfrage. Die Mehrheit in unserem Betrieb ist weiblich. Aber gehst du zwei, drei Etagen höher in die Chefetagen, dann ist das dort männlich dominiert. Wir haben die Spaltung in Tarifbeschäftigte und in Nicht-Tarifbeschäftigte. Wir haben fünftens einen vermehrten Einsatz von nicht oder unzureichend qualifizierten Personal, welches man hübsch und neudeutsch als Skillmix bezeichnet. Und das ist nichts anderes als die Taylorisierung unserer Arbeitsprozesse, also Lohndrückerei und ein Konflikt um den Wert der wahre Arbeitskraft an sich. Sechstens, es machen sich Nazis in den Arbeitnehmervertretungen breit, die offen in den Sitzungen unseres Personalrats gegen Flüchtlinge hetzen und ihre Mobilisierungserfolge in Brandenburg in Sitzungspausen reflektieren. Siebtens, angesichts der zunehmenden Brutalisierung unserer Arbeitsbedingungen haben wir Marxistinnen bereits seit Jahren auf das nunmehr eingetretene Systemversagen hingewiesen. Das ist ein Systemversagen, der Genosse Becker hat es da plakativ gesagt, dass wir in jeder verdammten Schicht erleben und unsere Patienten hoffentlich überlegen. Natürlich geht es hier um eine Systemfrage, denn in den seltener werdenden Pausen sitzen wir im Kollegenkreis und sprechen über unsere Arbeitsbedingungen, über unsere Arbeitsbedingungen, die sofort zur Systemdebatte werden. Und genauso sind die Gespräche und Interaktionen am Patienten mit. Hängst du an mit deinen Patienten über das, was hier los ist zu reden, wird sofort und zwar von Patienten die Systemfrage aufgemacht. Und diese Erkenntnis, dass das System versagt, die ist mittlerweile in aller Munde, hat ihren Weg in die Medien gefunden, nur die herrschende Politik bleibt Antworten darauf schuldig. Auf die Systemfrage, die sich aber gerade besonders in den Kliniken stellt, gibt es Antworten und die hat, ich schaue mal rüber, dieser wertige Herr da, der auf dem Plakatenbrand formuliert. Sechs Punkte dazu, es waren Marxistinnen und Marxisten, die in der Charité über ein Jahrzehnt eine starke, fortschrittliche, linke Betriebsgruppe forchten und diese schließlich majorisierten. Zweitens, es waren Marxistinnen und Marxisten, die in Auseinandersetzung mit der Gewerkschaftsbürokratie gingen und den Gesundheitsbereich in Verdi Berlin überhaupt wieder streitfähig machten und derzeit maßgeblich in Strategiefragen mit der Verdi-Bundesleitung im Konflikt stehen. Drittens, es waren Marxistinnen und Marxisten, die die Charitéstreiks der Jahre 2006, 2011, 2015, 2016 und 2017 planten und kraftvoll durchführen. Und es wird nie der vierte Punkt in den Geschichtsbüchern stehen, solange wir sie nicht schreiben natürlich, aber es sind die Marxistinnen und Marxisten der SAV, die eine führende Rolle in all diesen Streitbewegungen an der Charité hatten. Genossinnen und Genossen, das ist unser Verdienst. Das ist unser Verdienst und unter unserer Anleitung wurde der erste Streik für mehr Personal im Krankenhaus in dieser verdammten Krankenrepublik geführt und das mit einer Wucht und Konsequenz, dass wir heute noch die Schweißperlen auf den Häuptern der Zeit-Zurückdreher, der Benchmarker, der Kaufleute und ihren politischen Lakaien sehen. Würden noch kräftig schwitzen, nein, besser dann bald kräftig bluten für das, was sie uns beschäftigte und den uns anvertrauten Menschen in den Krankenhäusern antun. Und ich denke... Ich denke, und da gucke ich mal zu Karl, ich glaube, Karl wäre zufrieden mit der Performance seiner Aktiven an der Charité. Für das deutsche Gesundheitswesen gibt es eine Perspektive und die ist eine marxistische. Und dafür werden wir weiter in der Gewerkschaft und in den Betrieben streiten und streiken. Es ist unser Verdienst, dass wir den Brückenschlag in die Gesellschaft über unsere Bündnisarbeit geschaffen haben. Wir Marxistinnen und Marxisten orientieren auf die Vernetzung unserer Kämpfe und wir organisieren den Betrieblichen zu einem gesellschaftlichen Kampf. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt, ein katastrophales Unterschreiten der Redezeit. Aber der Slogan, damit schließe ich ab, unserer Tarifbewegung gilt natürlich auch hier und heute für uns. Mehr von uns ist besser für alle. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.